Ich wünsche dir einen guten Morgen, wenn es morgen ist. Ich wünsche dir einen guten Mittag, wenn es Mittag ist. Und ich wünsche dir einen guten Abend, wenn es abends ist. Aber wie spät ist denn das eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Naja, egal. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen schönen Tag.